Also ich wollte jetzt nochmal kurz Danke sagen an alle die Homeboys und Homegirls, die da waren. Also wir haben Leute aus dem tiefsten Osten gehabt. Leute aus dem tiefsten Osten gehabt. Heute Abend wurde die Bude frisch gestrichen. Heute Abend wurde die Bude frisch gestrichen. Danke nochmal an alle Leute, die da waren, an alle Leute, die uns gerudert haben. Wir haben wirklich Spaß gehabt. Wir wollen uns nochmal bedanken an die ganzen Leute, die uns supportet haben. An die ganzen Leute, die mit uns die Shows gespielt haben. Jungs, wie alt seid ihr? 21. 21. Ja, also wir hatten die Zeit unseres Lebens mittlerweile vier Jahre. Mittlerweile vier Jahre und es war einfach, wie gesagt, die Scheißzeit unseres Lebens. Dankeschön an alle, die jemals auf unseren Konzerten waren, die jemals mit uns gespielt haben. Und überhaupt. Danke an Kollegah, der Boss. Kollegah, der Boss hat uns immer Props gegeben. Wir hatten Haftbefehle in der Haus, Haftbefehle haben immer gesagt, die Leute von SKB, die haben so was, die sind solche Chavos, die wussten total, wer da Varus ist. Ernsthaft. Ey, und danke übrigens an Suicide Silence. Die haben alles dafür gegeben. Mitschlacker, erst mal Props am Weg gehen. Oh, sorry, dass du durf bist. Alkohol und Fahrt ist kein Verbrechen. Mofa-Tuning is not a crime. Wir müssen ja auch ein bisschen machen. Ja. Hey, sonst will ich, danke, dass du uns zum Interviewen wolltest. Das war der absolute Hammer.